Was war das, was war das, was war das? Irgendwann meinte Dennis, dass er das mal gerne verfilmen würde. Dann haben wir nie wieder drüber gesprochen, aber das blieb dann irgendwie mir im Kopf hängen. Und dann bin ich einfach mal losgezogen und geguckt, ob ich irgendwie an die Rechte rankomme. Erstmal ohne es Dennis zu sagen, um dann nicht die Erwartungen so groß aufzubauen. Und dann wurde es besser und dann näherten wir uns dem Punkt, dass wir vielleicht abschließen können. Und da hat Dennis dann auch schon angefangen zu schreiben und sich dann mit dem Peter Torwart zusammengetan, um dann an diesem Stoff dran zu arbeiten. Wir erzählen die Geschichte hier aus dem Blickwinkel von verschiedenen Personen, verschiedener Ansätze und ich glaube, das ist ein viel modernerer, zeitgemäßerer Ansatz. Deshalb gefiel das auch dem Ron Jones so gut, wie wir das hier verfilmen. Und er sagte, er ist froh, dass das die Deutschen machen, die eine Verantwortung haben und die sich auch mit Schuld und Geschichte beschäftigen, viel mehr als die Amerikaner. Jede Region und jede Stadt hat ja auch immer so seine Eigenheiten, aber auch viele Vorurteile. Und deshalb spielt es jetzt halt in dieser fiktiven Stadt, was glaube ich ganz gut ist, weil mir war auch wichtig, dass wir diese Geschichte sehr allgemeingültig halten. Dass jeder, der die Geschichte sieht, das Gefühl haben kann, das kann bei mir vor der Haustür passieren. Das kann hier passieren. Und jeder muss aufpassen. Ja.